Aus unserem Reich. Oder deinem. Bitte? Raus aus deinem Reich. Ja, genau. Ah, guck mal hier. Hier gibt's noch roten Sand. Geil. Ja, ja. Hm, cool. Das kommt dann auf den Kopf hin. Oh, schau mal, wo die Pfeile eingeschlagen sind. Genau daneben. Ah, verdammt. Hey. Ich mach mal dieses blöde Nock weg hier. So. Was haben wir denn hier alles? Mal gucken. Also hier haben wir noch roten Sandstein. Da ist noch eine Höhle. Ja. Das ist roter Sand, oder? Warte mal. Das ist, glaub ich, deine Mane. Ja. Oder? Hier ist roter Sand. Hier ist rot gefärbt. Roter Sand. Geil. So, den mach ich noch weg. Und hier haben wir einen roten Ton. Müsste roter Ton sein. Äh, ja. Ich mach hier mal so ganz grob im Aufgang hin. Orange gefärbter Ton. Okay. Was, so? Hä, wie? Äh, hier so. Sandstein. Oder Sandstein. Wenn du umdrehst, hier sind auf. Ach, da wieso? Da kommt's weit angekrochen, oder? Ja. Hä? Ja, da in der Höhle. Hast gerade noch einen Zombie gesehen. Ach so, okay. Nee, ich muss auch hoch. Ja, komm, dann... Machen wir das mit schön hier. Halbwegs. Das ist normaler, ne? Gebrannter Ton, ja. Dann haben wir hier roten Ton. Ah, geil. Und wir sind oben angekommen. Was, wo? Hä? Wo bist denn du lang? Bin ich hier nicht näher? Anscheinend nicht, ne? Doch, hier. Ach so. Wow, weißer Ton. Oder? Weiß gefärbter Ton. Grau gefärbter Ton. Egal. Das. Geil, geil, geil. Also hier kann ich mich wirklich da... Hier kannst du dich austoben. Sowas von. Wissen Ton mitnehmen und dann noch schöne Dinger bauen. Ich hab mal ein Biom gesehen, bei einem anderen Let's Player. Da hast du ja verschiedene Farben von dem Ton. Und da hatten sie dann die Deutschlandflagge drin. Oh. Das war echt nicht schlecht. Oh, einmal getroffen. Nee, zweimal schon. Und tot. Oh, cool. Cool. Warum könnte da kein Skelett gewesen sein? Hätte ich den Erfolg gehabt. Warum? Hier aus 50 Metern Skelett abschießen. Ach so, okay. Das ist das einzigste... Äh... Erschiefend, was ich noch nie bekommen hab. Okay. Ja, echt schön hier. Da sind ja noch Bäume. Ja, ich seh's grad. Nein, dann ist das... Aua. Nichts passiert. Okay. Ich hab's bloß knallen gehört. Ja. Einfach, wenn du kurz noch nicht probierst, blockst du mal. Du kriegst so gut wie ich keinen Schaden. Hallo, Spinne. Warum ist denn die denn? Akku. Ach, jetzt kommt sie oder was? Ja, jetzt hast du Pech gehabt. Und du. Weg. Hallo. Hallo. Ja. Jetzt im Ernst? In das kleine Loch bin ich gefallen. Was wo denn? Hier drüben, wo ich stehe. Ich komm hier grad so raufgehüpft. Hallo. Blob. Ich hab'n was. Oder was? Hm. Zum Glück. Also dazu gäb's jetzt schon einen filetierten Dosch. Ach. Den können wir ja später irgendwann mal abfarmen. Ja. Hier weißen Ton. Geil. Also richtig geil. Genug Baumaterial für den Lebensstil. Oh ja. Oh ja. Groder Sand. Ohne Ende. Ja okay. Mit Ende. Aber viel. Was haben wir hier eigentlich für'n Biom? Hm. Warte. Äh. Mesa Plateau. Achso. Das ist auch noch Plateau. Ja ja. Ich wusste gar nicht, dass da auch Gras wächst. Bäume und so. Sieht ja auf jeden Fall cool aus. Kannst man sagen. Ja. Also da haben sich die Leute von Mojang wirklich viel Arbeit gemacht. Oh ja. Das war noch bevor da Microsoft die Finger in Pitten im Spiel hatte. Hm. Bin ich immer noch kein Freund von. Ja. Ich auch nicht wirklich. Bin mir mal gefallen, wie das Ganze so weitergeht. Ist das grobe Erde oder was? Ich glaube. Grobe Erde. Ja. Was? Ah da hinten haben wir noch genug Clay. Sau stark. Ja. Schön, schön. Schön, schön. Hm. Warte mal noch. So. Warte mal noch auf der anderen Seite. Weiß ich nicht. Warte mal noch. Hast du dir denn den Rückweg gemerkt? Ja, einfach so zurück. Ja, einfach so zurück. Oh. Dankeschön. Bitte. Der längste ist ein Freund von dir. Hm? Oh. Ich hab auch ein paar Freunde. Oh, cool. Komm her in der März. Achtung, Creeper. Merle. Komm her jetzt. Drecksvieh. Verdammt. Ach, seid ruhig. Da drinnen ist noch einer. Gewillt. Wow. Da sind drei Hexen. Was? Wo? Ach da. Okay. Ah, Mann. Ich muss mal was essen. Bin hier die ganze Zeit am rumhippen und vergesse zu essen. Ja, nicht gut. Ach, Creeper. Also zwei Hexen sind gleich schon weg. Wow. Hab ich gesagt. So. Und dann kriegen wir auch so hin. Enderman, Enderman, Enderman. Der Gott sei Dank in deiner Welt. Hm. Ich fang schon mal an. Wow. Keine Perle. Na, schade. Das letzte Mal, wo ich da off-cam den letzten Enderman kaputt gehauen hab, hab ich zwei Perlen bekommen. Ah. Ja. Off-cam halt, ne? Mhm. Naja. Hey. Ja, der macht nix. Der will nur spielen. Der ist friedlich. Der will nur kocheln. So. Hey, sag mal. Irgendwie kommt es mir vor, als wären die Mobs da ein bisschen gechillter. Kann ich sagen. Irgendwie schon. Die Skeletten vor allem, ne? Ja. Die schießen nicht. Zombies, die greifen dich nicht an, aus 50.000 Blöcken. Echt seltsam. Da sind noch zwei Endermans. Ja, hier sind auch ein paar Creeper. Ja. Ich schau schon mal da unten mal auf. Mann. Wo, wo, wo bist du? Wo bist du? Ah, ich seh dich. Einfach mal ein bisschen hüpfen. Einfach mal ein bisschen hüpfen, ja. Lol. Ist das da Eis? Nee. Nee. Ach so. Das sah gerade bei mir so aus, als wäre das Eis gewesen. Nee, ein Eisbiom haben wir auch schon entdeckt. Perle. Juhu. Eine. Juhu. Reicht. Ich würde jetzt nicht mal, um hochzukommen, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Die Nachbarschaft fängt jetzt auch an zu brennen. Wo hast du Eis gesehen? Ähm, hier vorne in der Höhle sah das so aus, von oben. Achso, nee, das ist, äh... Ja, ja. Nee, das sah auch so bläulich aus. Das muss man aber schon bei mir später in der Aufnahme. Mhm. Das sah wirklich anfangs so aus, als wäre es wirklich Eis gewesen, noch bläulich. Weil es nicht weitert. Cool, cool. Nee, aber was man hier alles anstellen kann. Ja. Hier mit dem Baumaterial. Also hier kannst du dich austoben. Ja. Oder Sand. Das ist so geil. Hast auch einen Zugang zum Meer. Kannst irgendwie hier so einen Hafen bauen. Äh, ich glaube, bauen werde ich hier nicht viel, weil ich werde hier viel, viel Baumaterial auf Hause nehmen. Auch gut. Weil so einen Hafen, so einen Hafen bin ich eigentlich nicht so ein Freund von. Muss ich ehrlich zugeben. Jörg, ich bin nochmal weg, ne? Hä? Ja. Kein Hafenfreund. Müsst euch schon leuten, fange ich nichts an. Achso, okay. Na gut, dann. Ja, tschüss. Ja, tschau. Alter. Ach ja. Ich hole mir jetzt erstmal noch ein bisschen Sand. Jo. Ich herrunde nochmal ein bisschen was. Vielleicht werden wir hier noch was geiles. Ja, irgendwie so... Wobei, ich weiß nicht, ob es hier Tempel gibt oder sowas. Ne, Tempel gibt es... Obwohl. Unterwassertempel. Ja. Vielleicht sieht man ja manchmal von der Oberfläche aus. Kannst du ja mal drüber fliegen. Ja, das sieht aber von hier aus ein bisschen trocken aus. Trocken. So, ja, jetzt haben wir ein bisschen Holz, äh, ein bisschen Sand. Hast du eigentlich schon mal so einen Unterwassertempel gesehen? Ne, nur auf Bildern. Ich fahre einmal in so einem drin. Danach nie wieder. Ja, du gehst gleich kaputt, gell? Ich hatte sogar noch so eine... Ich hatte sogar noch so eine...